Sie ist etwas kleiner, schwarz und vor allem leiser. Die neue Xbox 360 S. Microsoft hat seine Konsole weitgehend neu konstruiert. Selbstverständlich kann die neue das gleiche wie die alte, aber von der Festplatte bis zu den Anschlüssen hat sich im Detail viel geändert. Die wichtigste Änderung, die neue Xbox ist wesentlich leiser. Jedenfalls dann, wenn das DVD-Laufwerk nicht aktiv ist. Wer seine Spiele fleißig auf der Festplatte installiert, kann lärmfrei spielen. Die neue Xbox 360 bietet 5 statt 3 USB-Schnittstellen. Außerdem verfügt sie über einen HDMI-Anschluss und einen optischen Audio-Anschluss. Die 250 GB große Festplatte befindet sich in einem Schacht an der Unterseite. WLAN ist integriert und unterstützt den aktuellen Standard N, beschränkt auf das 2,4 GHz Band. Bei der Leistungsaufnahme ist die neue Version genügsamer als frühere Modelle. Unter Last, in diesem Fall beim Intro von GTA 4, zeigt das Messgerät 61 Watt an. Bei der Xbox von 2008 waren es noch rund 107 Watt an dieser Stelle. Wer sich eine neue Xbox 360 zulegen möchte, sollte unbedingt zum neuen Modell greifen. Allein schon wegen der niedrigen Leistungsaufnahme, der großen Festplatte und dem integrierten Wireless LAN. Auch Spieler, die es im Wohnzimmer gerne leise haben, sollten zum S-Modell wechseln.